untertitelung.de Hallo Hallo Wir kommen rein, also ist eine absolute Katastrophe weil wir von hinten bis vorne von der Zeit her nicht hinkommen und wir haben keine Zeit eigentlich mehr und hat nur die ansatzweise die hälfte von dem schaffen sollen weil der drucker nicht hinterher kommt okay aber sonst funktioniert es nicht ja es funktioniert aber das geht das normale das wollen die für die haben für den raum das wollen wir nicht auf fotopapier machen weil ich muss ja quasi noch alles ausdrucken wir haben ja nicht fotopapier genau das sind die einzelnen bilder von den einzelnen tagen quasi und du merkst ja wie lange der braucht der braucht ja ewig bis ein bild ausdrucken ist auf der normalen qualität normalen einzelnen tage quasi da habe ich bin ich jetzt bis zum elbstrand gekommen das hier sind die reihen quasi die filmreihen quasi von den einzelnen bildern die müsst ihr dann auch dazu sortieren das sind jetzt die ausdrucke von den einzelnen beschreibungen wer wir sind